Hola! Heute zeige ich euch, was wir im Club 30, im Club Trinta machen für Fortgeschrittene. Wir wiederholen grammatische Themen anhand von Memes und lernen so Spanisch. Memes sind lustige oder tiefsinnige Sprüche mit oder ohne Bild. Und heute habe ich dieses ausgesucht. Es ist ganz leicht. Guck mal! Sara, tu sabes cambiar una llanta? Obvio que sí, estudie Psychología. Pero para poder cambiarla, ella debe querer cambiar. So, fangen wir mal an. Sara, tu sabes cambiar una llanta? Als erstes fällt mir auf, dass der Vorname Sara auf Spanisch leicht anders geschrieben wird. Wir haben hier kein n-h. Und bei der Aussprache sagen wir auch nicht s-, den Buchstaben s- gibt es gar nicht auf Spanisch. Wir müssen s-, sagen stimmlos Sara. Tu sabes cambiar una llanta. llanta mit doppel L. Das ist der Reifen, der Autoreifen. Und wir benutzen hier das Personalpronomen du, was wir normalerweise hier auf Spanisch nicht so benutzen. Und wir machen es auch wirklich nur, um etwas hervorzuheben, zu betonen oder zu klären. Hier, zwei Frauen reden miteinander. Es ist also die Betonung du, weißt du, du sabes. Und hier fällt auf, wie ganz oft bei Memes oder auch bei spanisch geschriebenen Sachen, es gibt manchmal kleine Fehler. Und hier ist auch schon der erste Fehler, das tu hat keinen Akzent. Es gibt ja zwei verschiedene tus. Tu mit Akzent und tu ohne. Wenn es ohne ist, ist es einfach das Possessivpronomen, das Besitzanzeigende Fürwort, deins, deine, deiner. Und nur wenn es den Akzent drauf hat, heißt es ja du. Der fehlt hier. Und jetzt habe ich schon noch ein bisschen vorweg gegriffen. Du, sabes. Normalerweise kennen wir ja nur saber als Wissen, weißt du. Es ist aber auch interessant auf Spanisch, da gibt es nämlich zwei Verben für können. Es ist nicht nur poder, es ist auch saber. Der Unterschied ist, poder benutze ich, wenn ich etwas physisch kann, körperlich kann, wenn ich die Zeit habe, es ist mir möglich, es zu tun. Und saber ist etwas, wenn ich etwas kann, weil ich es gelernt habe. Also, wenn ich Spanisch sprechen kann, und das so sagen will auf Spanisch, dann sage ich, sé hablar español, weil ich es gelernt habe. Wenn ich sage, puedo hablar español, dann sage ich, es besteht die Möglichkeit. Ich kann das jetzt machen, ich habe die Zeit und die Lust und wenn ich will, dann erkläre ich das jetzt auch auf Spanisch. Aber wenn ich mich auf mein Wissen beziehe, muss ich sagen, sé hablar español. Und hier haben wir eben, tu sabes cambiar. Und hier unser nächstes Verb, cambiar, und darauf beruht eigentlich der Witz des ganzen Memes. Cambiar kennen wir als Wechsel, vielleicht von casa de cambio, wo wir unser Geld wechseln. Es heißt aber auch verändern. Und wir werden das später gleich sehen. Da cambiar sowohl wechseln als auch verändern heißt, wird es lustig. Sara oder Sarah, weißt du, wie man einen Reifen wechselt? Das ist also der ganz normale Gesprächsteil. Und denk daran, wechseln kann auch verändern heißen. So, wie geht es denn dann weiter? Im zweiten Bild haben wir obvio que sí und das ist dasselbe wie claro que sí. Claro que sí ist mehr das Spanisch aus Spanien und obvio que sí wird mehr in Lateinamerika bevorzugt. Que sí, das Sí hat den Akzent, weil es das Ja ist und sie sagt auch estudie Psychología. Und hier haben wir das Estudiar, studieren, im Indefinido. Indefinido passt immer. In Spanien hätten wir aber wahrscheinlich dann das Perfekt genommen. Und da wir aber hier hundertprozentig Indefinido haben, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass unser Meme aus Lateinamerika kommt. Die E-Endung ist eben das Anzeichen dafür, dass es die Ich-Form ist. Ich habe studiert. So, was hat sie denn studiert? Psychología. Guck mal, bei meiner Aussprache, für uns ist es ja ganz einfach zu sagen PS. Für spanische Muttersprachler ist es aber unmöglich. Auch wenn da Psychología steht, wirst du es niemals so hören und auch niemals so aussprechen, sondern es ist mehr Psychología. Und zwar so sehr, dass das Wort auch schon offiziell ist, ohne das P. Du wirst also auch Psychología finden, was auch korrekt ist. Eingespanisch. Also Sarah hat Psychologie studiert. Warum antwortet sie das denn, wo sie ja schließlich danach gefragt wird, ob sie weiß, wie man einen Reifen wechseln kann. Denkt dran, cambiar heißt wechseln, aber auch verändern. Und sie als Psychologin redet jetzt weiter und sagt, pero, para poder cambiarla, ella debe querer cambiar. Sehr lustig. Gehen wir mal Wort für Wort. Aber, para. Nach unserem aber, pero, haben wir jetzt para. Und para heißt ja für. Aber es heißt nur für, wenn wir danach ein Substantiv haben. Für Anna, für Montag, für ihn, für mich, ein Mensch oder eine Sache oder ein Zeitpunkt, dann heißt es für. Aber hier haben wir nach unserem para, haben wir ein Verb. Und dann übersetzen wir para mit um und haben dann aber um, und danach haben wir poder, können. Aber um können, naja wir schieben auf Deutsch das zu ein. Aber um zu können, was denn können? Cambiarla, was ist denn Cambiarla? Cambiarla ist ein zusammengesetztes Wort. Wir haben hier zwei Wörter. Guck mal. Wir haben hier den Infinitiv, cambiar. Und da dran haben wir ein La. Das darf man so machen. Das ist aber eine gewisse Schwierigkeit für uns zu erkennen, dass hier wirklich zwei Wörter verschmolzen sind. Und wechseln und verändern, weil ja unser Cambiarla ist sie, ist unser Objekt. Aber um sie wechseln oder verändern zu können, wir reden ja vom reifen Wechsel, aber unsere Psychologin redet nicht mehr vom Wechsel, sondern von Veränderung. Aber um sie, auf wen beziehe ich mich denn? Wer ist denn unser La? Das, was auch vorher grammatikalisch weiblich war, La Janta, dem Reifen. Wir reden vom Reifen. Um, auf Deutsch sage ich dann ja ihn und ich sie, um ihn wechseln zu können, beziehungsweise verändern zu können. Was brauche ich denn? Und jetzt wird es interessant. Ella. Ella haben wir gelernt, heißt sie. Und jetzt guckst du überall im Meme und auf was beziehen wir uns denn mit Ella? Und das ist eben so ganz, 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 ganz anders auf Spanisch als auf Deutsch. Sachen sind auch sie. Also es hat mich damals als Sprachschülerin unheimlich gewundert, als ich gelernt habe, dass die Tür, la puerta, ist ella. Geht ja gar nicht. Auf Deutsch muss ich ja sagen die, es ist ja nicht sie, sie ist ja nur für Menschen oder Lebewesen. Und das, da habe ich also auch längere Zeit für gebraucht, das zu akzeptieren. Ella in unserem Meme ist jetzt hier der Reifen. Nicht nur, dass wir auf Deutsch ein der haben und auf Spanisch ist es ein die, es ist sogar ella. Unser Reifen ist ella. Sie. Sie. Debe. Debe ist sollen. Vorsicht hier mit unserem Verb sollen. Auf Deutsch benutzen wir es ja ganz oft. Soll ich dir helfen? Soll ich schon mal gehen? Das wird auf Spanisch eben nicht so gemacht. Es ist, wird ganz selten benutzt und ist dann auch ernster. Deber. Wie merke ich mir das, dass es sollen heißt oder schulden? Ich habe mir das mit dem Wort Debitkarte, der Bankkarte gemerkt. Das ist ja auch so, wo man etwas ein bisschen schuldet. Also, Deber heißt sollen, schulden, aber auch müssen. Mal gucken, was hier passt. Sagen wir mal müssen. Sie muss querer, wollen. Sie muss wollen. Cambiar. Wechseln, verändern. Sie muss sich verändern wollen. Unser Reifen muss sich verändern wollen. Bevor ich ihn wechseln kann. Es ist also ein Wortspiel. Wechsel, Veränderung. Deswegen unsere Psychologin hier. Sarah. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß, so Grammatik zu erklären. Bisschen Wortschatz, neue Ausdrücke. Und das machen wir tagtäglich in unserem Club 30, unserem Club 30. Wir sind eine private Gruppe und sehen uns tagtäglich. Und heute wollte ich euch zeigen, was wir so machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego.